so und damit halli hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier zu berlin traffic mit dabei natürlich der hobby flimmer ja wir haben den steven dabei wir sind heute mal unterwegs bei der s-bahn und wir haben den fasus der heute mal bei der straßenbahn da ist wir haben mal die rollen getauscht hier damit hier kein teamwork hier stattfinden kann nein so wollen wir nicht erst anfangen von daher los geht's war so startet ich überlege ist das eigentlich gleich lange oben rum und unten rum ja ja ich hab keinen bock jetzt jetzt tun sie sich um zusammen wir sind ja nicht blöd wir gehen beide oben das hat keiner behauptet das video qualitativ unseren anspruch qualitativ dass das ist ein zusatzvideo das ist kein hauptprogramm projekt oder nur zusatzvideo also hier können wir uns auslassen das ist die unter 18 version ich wollte gerade sagen wir müssen jetzt auch mal eine unter 18 version produzieren das könnte aber ein bisschen langweilig werden genau die eine kinder folge die zweite folge wird dann ab 18 wir jetzt schon anfängt zu sticheln ja wer jetzt schon anfängt zu sticheln ja ich nein nicht du siehst du jetzt auf dem seehund das war jetzt aber nicht schlau steven das kann ich dir gleich sagen wenn du das sagst dann würde es stimmen ja ich finde es sieht jetzt nicht schlecht aus das war eine ansage übrigens guck mal mein logo ist endlich da mein logo ist da in der letzten folge weg weg war einfach weg guckt unbedingt mal die letzte folge wer da gewonnen hat ja nur so nebenbei genau hobby flimmer hat gewonnen aber mehr sagen wir es nicht dass wir es wurde alle wer jetzt diese folge guckt und die letzte geguckt hat schande was machen wir denn hier auch gucken wir hier machen das klappt ja gar nicht ich kann trotzdem sagen was ich will der funk funktioniert immer ein die das irgendwie unterlobt ja ja ich bin zwar straßenmann aber ich kann trotzdem sagen was ich will der funk funktioniert immer wo kann das am besten hinsetzen ich müde dich einfach denn in der zeit wenn so lange das dran ist ich kann dich auch muten das weißt du schon muten wir uns gegenseitig cool ich mach los ja geh doch mal weg du kannst nicht auf dem äußeren ring nein das geht nicht hier den rechten muss musst du einkesseln ah das geht den rechten muss der geht bei der drinnen genau nach oben spiel sind macht wie nach oben nach vor die straßen waren sonst kommt er nach unten baut dich raus das will ich ja ach so er soll zu mir kommen ja ich kann sogar fast ok dann genießen hm heute ist schon willkommen ich will ja nix von dir ich komm nicht holen das ist mir wurscht 1,2,3,4 ich denke mal meine S-Bahn schön aber jetzt ist die S-Bahn auf einmal lahm es gibt besser graues winter hier ja scheiße oben vor die straßen waren jetzt am weitesten vorne nein um gottes willen ich wollte straßen mal einen hobby filmen du weißt doch ganz genau hier die S-Bahn ja ne das tut mir das das hat wirklich keinen sinn gemacht da muss ich jetzt mal zu sprechen so wie alles also wie alles sehr gelogen macht auch keinen sinn dass Bioner 1 was ich weiß das hätte Bioner 1 krass ich komme ich glaube du möchtest dich mit rausschmeißen das war ein Indianerruf äh ja klingt ja nach Indianer klingt ja nach Indianer ihr merkt das Niveau ist hier relativ weit unten ja also ja unter der glatten Linie fast gerade an der Grenze muss auch mal sein muss auch mal sein und 2 übrigens der Flex City hat schon wieder technische Störungen ja der fällt aus ich muss mir die alten klappern ach der schon wieder oh ja da kommst richtig gut vor ein Bio das war jetzt überhaupt keine Büsse 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 ja hat er was soll er mal machen 1,2,3,4,5,6 jetzt wollen nur noch so 2 oder? meinst du? ja genau weißt du genau genau hat er wieder Angst jetzt macht er die Tür wieder zu ja das ist halt der liebt halt Türen fahrer 1,2,3 da hast du ja Glück gehabt 11,4 die Cola-Dose komm mal wieder fahrer ich muss die U-Bahn kämpfen ich mach den Bus das ist übrigens immer noch eine S-Bahn keine U-Bahn du bist selber eine U-Bahn aber okay ach ja ach Hobbyflimmer 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 Bio-S-Bahn das ist immer noch das umdenken oh was ist das jetzt hier los so kommt der jetzt nicht die Zahl die ich brauche ich hab die U-Bahn das vor sein wird die erste mal die S-Bahn weißt du was ihr könnt einfach alles so bleiben wie ihr wollt ich lauf durch und dann haben wir eine ganz schöne das will so passen ihr seht euch Chefs und sich gegenseitig bekämpfen auch schön hat er geschafft echt ja wenn ich drei oben hab ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so gering dass der schafft aber gut oh Mr. Klugscheißer hat gesprochen oh das ist Wahrscheinlichkeitsberechnung Stochastik auch genannt streger mag keiner das weißt du wir haben Mr. Einstein persönlich hier jetzt bei uns wer wusste genau weißt du das Einzige was ich nicht brauche wenn ich so auf Stiefen rausschmeiße mache ich mich unbedingt bei Lotus oh das kriegt dir das hier an ja das hast du schon lange erledigt oder brauchst du den Scherke das auch mal machen die letzte Folge hat er euch gezeigt lockier hier unten mal die S-Bahn oder oben genau oben die Straßenbahn nein die Straßenbahn du sollst ihn nicht beeinflussen das ist mir doch egal was du sagst so dankt man es mir weißt du so dankt man es mir ja gut so was haben wir denn hier nichts wieder nichts werf dich doch mal bitte selber raus Bio das ist alles nicht dein Ernst hier ach weißt du was jetzt kommt der Flexe die ach weißt du was jetzt kommt der Flexe ich jetzt immer ne echt es staubsauger aufschieben das wird rausgefahren weißt du aber es ist auch gut der staubsauger der zieht alle S-Bahn gleich rein wenn er jetzt den Lotus treffen lasst wir mich laufen du kriegst auch noch deinen Fett weg so fangen wir doch mal an jetzt hier ach nee ich bin ja auf der Jagd so weißt du jetzt schon mal auf Jagd das ist alles gechillt alles gechillt hier wir verstehen uns alle bestens Harmonie liegt in der Luft ich weiß best friend ja Steve aber mit deiner Einsen kommst du aber ohne weit 2,3,4,5 oh das ist ja toll ist das paar Uhr lang mit der Einsen ja ja wollte ich jetzt machen ach so das könnte ich auch machen 1,2,3,4,5,6 oh das tut mir jetzt leid keine vier du kannst ja die GT nehmen und die Heizschelphobie wegmachen kann ich machen das würde ich auch bestimmt machen Hobbyfilmer wo sind wir denn hier genau Hobbyfilmer macht es richtig vor ja Hobbyfilmer das ist nicht so schlau Bio sei schon 1,2,3,4,5,6 oh 1,2,3,4,5,6 oh klingt einfach so toll das ist so viel Musik in meinen Ohren nein Spaß die sind furcht bei nur jetzt siehst du er dreht jetzt schon genervt wieder um ja der ist sehr schnau versuch mal nach zurück mit der nächsten U-Bahn in Richtung Innenstadt hast du gehört ja ich muss der Kommentator spielen das ist so meine Aufgabe aha ähm so nicht toll das hat es voll gemacht jetzt ja krass den Bus zu fangen ist ja so ruhig wa konzentration liegt hier konzentration aha ich merke schon er studiert den Freund ne da braucht er nicht viel studieren aha 1,2,3,4,5,6 ja das stimmt der warst ein einfaches Katzenspiel habe ich lange genug Bio studieren aha ey der hat aber auch ein Glück wa ja jetzt läuft es endlich mal es ist aber selten so dass es mal endlich mal ein bisschen weiter geht die anderen beiden Runden hatte ich am Anfang nur eins oh ne Tüte Mitleid alter ne Tüte Mitleid da hat er jetzt wirfelt auch ne 5 ey das ist nicht dein Ernst ey keins aber ne 3 schon aber merkst du fahrst du für Trüger der der ist gerade so so er muss sich verteidigen Modus so weißt du ja ich merke dass er nicht gewinnen kann ich bin einfach nur konzentriert musst deinen Schlachtplan ausdenken es ist zum heulen es ist zum heulen es ist nicht zum heulen aber es ist unglaublich wie sie sich alle auf meine Seite stürzen und ich bin so freundlich nur mit dir was willst du denn ja wir waren immer beste immer beste Freunde genau genau wir haben ja nichts aufgenommen in der letzten Folge hat man nichts gehört hat man nichts gehört hat Vorteil ich könnte erst einmal so über den SD drüber fahren das witzige ist das witzige ist er hat Angst vor einem Bus aber dass da eine komplette S-Bahn-Kolonne ankommt so weißt du so langsam aber sicher vor der ich dich beschützen könnte auch fahren ja dann beschütz mich mal bitte ja ist doch gut ich nehme fast bei dir weiß man nie ob du wirklich zu einem hältst bio natürlich halte ich zu dir und nicht zu dem gut dass du das reingefallen ist komm bitte die drei fahrst du lenkt euch alle ab und ich gewinne 1,2,3 nein hol dir das Haarschild hol dir das Haarschild und klemm dir nach oben ein weiter nein da oben kannst du mich eigentlich scheiße jetzt da heißt es halt zwei weg um meine 1,2,3,4,5,6 nee machen wir nicht 1,2,3,4,5,6 so jetzt bin ich tot ja mach nimm die die hättest du das mal nicht gesagt hab dann hätte ich ja vielleicht sogar wirklich ich hab erst dürfen sollen leider aber wenn natürlich hier war so wischere Kiosk ich hätte nichts machen können ich hätte nichts machen können also ich hab das von nur gesagt mit oh ist das denn da können wir wir müssen langsam auf Hobbyfilme achten ja nein wir sind der schlimmste Fein von Phasus da ist Hobby Flimmer egal so gefällt mir erst der gewinnt gerade naja das ist ja Phasus und Hobby Flimmer und ich wieder zusammen und das bedeutet wenn Hobby Flimmer gewinnt dann ist er auch ein Team Sieg ja das hier die S-Bahn sei ruhig Phasus ist ein Team Sieg so weit so weit sie schon die S-Bahn sind mal ruhig da oben ich zeig dir gleich mal ruhig jetzt S-Bahn außer Betrieb also Bier macht dir keinen Ärger mehr hoffe ich mal ja gut nein ich kreine ja mit den S-Bahn das sieht er mir auf den Sack Alter wirklich das ist mir zu gefährlich wenn hier 5 S-Bahn genau weißt du das ist ihm zu gefährlich weißt du hat bettelt vor einem Bus verstehst du und jetzt wird ihm auf einmal die 5 S-Bahn gefährlich auf das das der fahrt die S-Bahn außer Betrieb machen jetzt oh wer kriegt man die ganze Zeit nach das ist ein bisschen sehr laut tatsächlich ist so weit muss ich den Ton mal ausmachen so Ton ist aus das ist die blödeste Zahl die man kriegen kann Gott sei Dank war ganz schön ich habe so gehofft ich hätte alles kriegen können ja was soll eine 5 ich ich kann nur meine 1 ich kann ja 1 und jetzt vor die unter die 1 hör nicht auf unter die es war nicht verbrüßt ja ich weiß ja Alter warum ist er hol deine Sprüche sind manchmal hohe das hast du da fehlen mir sämtliche Wörter jetzt tatsächlich das ist Wörter Wörter darfst nicht immer alles persönlich nehmen er hat gerade alles versaut weißt du nicht sechs mal gucken wie die bei dir helfen kann du solltest vielleicht auch mit mehr Busse rauskommen so so Steven ich biete jetzt an hier Coaching Service jetzt wird gedisst du bist um fallen ich kann dir auch gerne nachhilfe unterricht über den traffic anbieten das genehm ist jetzt schön jetzt muss man selbst kümmern oh jetzt ist die türen offen jetzt hibst gleich richtig kloppe jetzt fliegen gleich die züge so zack weiter das meinst du mit kloppe das meinst du mit kloppe natürlich nicht er kann gar keinen von dir raushauen der kann nicht ja aber er hätte nicht raushauen können mit der tatra er hat es nicht gesehen ach die stört nicht die stört nicht nein da sind bloß noch weitere S-Bahne stört nicht so eine alte dame da jedes spiel ist hier wirklich anders so haben wir jetzt vier haben wir was mit vier eins zwei drei nein ich kann nichts machen vier scheiße ich kann nichts machen du mach hin wir noch nicht bis morgen hier spielen bis morgen raushauen aber auch nicht ja Gott sei danke ich glaube wir hätten alles zu ernst genommen das spiel wäre der Kanal auch nicht mehr gegeben ein Hobbyfirma kommt zu langsame sicher nach vorne oder dafür habe ich ja keine ohne Futter gegeben wenn ihr euch alle auf mich stürzt kein Wunder bist du traurig Fasus bist du traurig gerade so mit der erste die wir heute habe strategisch heute abend war ja mein Plan Fasus leck die alle ab und ich gehe anziehen naja das war dein Plan der großartige Plan war das der große Mutini die naja das haben wir alles als Team geplant und ausgeführt ja ich hoffe dass ihr nicht den Plan kreuzt ja hoffen wir mal ich bin ja gekreuzt ja dass er kein Aktentat ausübt auf mich aufpassen wenn ich plane wie ich der s-bahn fahr weil ich sonst so sieht schon übel aus oh Fasus oh Pumpe hat keiner Lust drauf sei das sieht schon ein bisschen krass aus naja natürlich nein ich hab so ne Angst ich ich muss ja herzlichen Abstand zu bio hier fahren ja auch geparkt so schnell mal dich auf den Maul niederreißen na los fahr rückwärts das macht ja noch weniger Sinn du hast ne Eidschild in der du platzieren kannst ja wo soll ich die hin platzieren ja vor der Tatra logisch weiß es geht nicht es geht nicht der schafft das auch eins ich hab mal eins gesagt keine vier der schafft das auch noch eh oh man oh man los bio die schützt sich gerade nur von der straße die brauche ich eher oben eine 2 wenn ich hoch macht jetzt so und hier ist auch eine schöne zahlbio kann ich dir sagen hast man die freunde ja ja die die man da ja ich wüsste gerne 1 er kriegt keine einzelne schweinerei ob ich nur ein beschwerter brüchern machen weil du keine 1 kriegst ja oder waren es beide steward 1 Wir haben eine 3. Wie du sagst, das ist eigentlich immer wir. Das hat so keinen Sinn. Oh, schade. Oh, schon wieder eine 3. Das ist aber blöd für dich, Jensee. Ganz schade. Hallo, Tore. Ich habe es jetzt schon der Weg gemacht. Aber 1. Ja. Heilige Marie und Josef. Warum nicht nur 1? Warum nicht? Warten wir es? Wie geht es hier so? Warum? Ja. Ja, wie soll ich das durch? Oh, schade. 1, 2, 3, 4, H. Ah, ist eine 418. Kann ruhig. Ich habe noch ein paar S-Bahn hier drin. Das ist halb, ja. Dann... So, tschüss. Juhu, eine Mauer weg. Wieder mal zahlen. Hört einfach drauf, wisst ihr, ja. Guck mal, jetzt. Ja, ja, ja. Zwischen dir ist man und die Muster an der Kreuzung. Hobbyfilmer, hör nicht auf ihn. Neben der Straßenbahn, Hobbyfilmer, neben der Straßenbahn kannst du sitzen. Da kannst du die Phasus besser abstützen. Neben der Straßenbahn. Neben der Straßenbahn, da kannst du Phasus helfen mit. Also es fällt, es fällt sich den S-Bahn und den Bullseil. Ja. Neben der Straßenbahn. Doch, das ist wirklich besser, weil... Phasus, neben der Straßenbahn. Nein, ich hör doch nicht auf ihn. Neben der Straßenbahn. Das ist natürlich noch besser. Warum kommt ich gerade, Aero, Aero? Guck mal, Steven, du kannst dich selber rauswerfen. Ja, ich könnte auch Bier auf. So. Ja. Ihr seid ja so fies und ihr arbeitet zusammen hier. Ach, jetzt sind wir auf einmal fies, weißt du? Naja, weil ihr zusammenarbeitet. Sagt der, der jetzt so genug gewundert hat, die Hobbyfilmer. Nein. Ey, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Ich sag mal, ich verstehe, wenn ihr alle auf einmal redet. Ja, gar nicht, was wir machen wirst, ja. Ich glaube, hab ich ein Haar. Ja, unten, das Haar kannst du wegnehmen. Genau, und jetzt packst du das zwischen... Nein, egal. Zwischen S-Bahn und der Bus da an der Kreuzung. Nein. Zwischen S-Bahn und der Bus. Doch, glaub mir, das ist doch nicht gut. Hören doch nicht auf den, der am Watzkorn ist. Hat er doch nicht, hat er doch nicht gemacht. Das ist doch alles gut. Das ist doch alles gut. Mann, nee. Mein Kopf ist schon ganz heiß, Jan. Mein Kopf ist schon ganz heiß. Nee. Tja, das ist jetzt blöd, ne? Das ist jetzt wirklich blöd für dich. Ich denke, wie fahrst du es? Ich glaube, du musst passen, Steven, oder so? Ja. Ah ja, meine Kasse liest die ganze Zeit hier gerade hinter mir. Wie fahrst du es? Das neue Buch, oder was? Ja, fahrst du es, kann als Hypnose mal arbeiten. Ich könnte ja einen raushauen, doch. Cringe-Dramas, wenn ich nicht unbedingt, oder? Du bist mitten im Pult drin. Weiß ich nicht, ob du das riesig reingehst. Ich muss jetzt mal einen Arsch retten. Andererseits, wenn ich natürlich das reinhaue, dann haben wir eine erstmal weniger. Dann ist die Chance geringer, dass ich vom Bio abgehauen werde. Sowas macht er nicht jetzt. Keine Sorge. Oh, wie sieht eigentlich der Blanz auf? Pass einfach. Na da, pass einfach. Passen ist ja das Verkloppteste, was man tun kann. Oh, Nummer eins. Wieso hast du ihn jetzt nicht rausgehauen? Ja, ich weiß, was er will, er möchte. Der will das hier. Oh. Warum? Hobbyfilmer denkt mit, das ist... Ich denke, das ist ja das Problem. Er hat einfach nur keine Ahnung von dem Spiel. Das ist das ganze Problem. So, also jetzt geht wirklich nichts mehr. Jetzt geht wirklich nichts mehr. Jetzt sind wir direkt dran. Ja, also... Jetzt passt kein Blatt mehr zwischen uns. Mach einfach bei den U-Bahnen irgendwo hin. Ja, ich weiß, der geht mir auch auf den Sack hier. Nicht nur dir. Guck mal, du kannst oben eine Haltstelle wegmachen mit der Flexity. Oder mit der Tatra. Nee, ich kann ja nicht mehr... Du kannst aber auch die BR-481 nehmen. Die steht da. Die ist sowieso hässlich. So, jetzt geht's los. In jeder Fall. Ja, so. Sieht so. Ja. Das ist mir eigentlich... War's denn, Phasus? Ich werde euch noch kriegen. Keine Angst. Außerdem, ich muss ja nicht böse sein. Ich habe ja schon eine Runde gewonnen. Da kommt nicht. Aber ob man da auf stolz sein kann, so zu gewinnen. Ja, klar. Auch durch Typologie kann man... Aber, Steven, der nächste Kampf steht noch bevor. Da sind noch zwei U-Bahnen. Und da er sich ja beeinflussen lässt. Guck mal da rechts. Vor die Straßenbahn. Nein, nicht vor die Straßenbahn. Das ist blöd. Das bekloppt. Die sind bloß drin. Baut zwischen S-Bahn und dem Bus. Hier in der Unterricht. Nein, nicht vor die Straßenbahn. Ich weiß nicht. Zwischen S-Bahn und dem Bus gleich. Weil dann hast du den Bus zumindest schon mal... Mach links von dir, damit ich nicht mit dem Bus von links komme. Setzen links neben der U-Bahn. Zwischen S-Bahn und... Setzen links neben der U-Bahn. Links neben der U-Bahn. Guck mal, Hobbyfilme. Jetzt mal ganz ernsthaft. Ich habe überhaupt nichts davon, ja. Dass ich dir jetzt irgendeinen Tipp gebe. Aber ich gebe dir den Tipp, damit du hier noch einigermaßen gewinnen kannst. Ich finde, er lügt dich an, so wie letzte Runde. Wer hat denn letzte Runde gewonnen, wo er das die ganze Zeit gesagt hat? Genau, er. Genau, wer hat die letzte Runde nicht rausgeworfen? Ich war das. Und hat dadurch gewonnen? Genau, er. Er war das. Siehst du, jetzt hast du zum Glück ein bisschen was verhindern können. Genau, also er hätte jetzt komplett einen Anruf zugemacht, wenn er die Heidsche dann nicht gewesen wäre. Ich muss auch an mich denken. Ach, Steven. Sorry, du warst schön. Ja, ja, das spielst du schon schön, ne? Ja, das spielst du schon. So. Was? Was hätte Bio gesagt vor, so ist es ein schlechter Umgang für mich? Das sei auch. Er zieht doch nicht mal so ein Müll. Euch zuzuhören ist auch eine Bestrafung, echt. Zwingt dich ja keiner. Genau, du kannst dich ja mühken. Kannst du machen. Nee, Quatsch. Hallo, doch. Ja, schuldigung. Ja, genau. Volle Wissen. Da muss man aber sagen, hat er mitgedacht. Ja. Ja, ich meine. Okay, der Oby Film hat schon die ganze Zeit mit. Ihr habt das nur noch nicht erkannt. Ah, 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 okay, 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 okay. Ah, ja. Guck mal, du könntest jetzt schon hier den Steven raushauen und du denkst nie mit. Nein, nein, ich denke nie mit, nein. Ach so, aber du denkst auch mit, oder was? Ja, ich denke mit. Sieht man. Wieso, ich splitter Bio auf. Hättest du besser machen können. Wieso, ich bin ja mit der U-Bahn. Weil ich die große Bedrohung bin, ihr. Du bist überhaupt nichts. Deswegen, ja. Kleine Arme, bitte, Mann. Oh, jetzt geht's los hier. Ja, ist doch so. Kann man doch mal ruhig sagen. Ja, Gott sei Dank habe ich die Tour zugemacht, aber ihr sonst hättet ihr jetzt eine Ferie gehabt, da. Ich kann auch unten lang kommen, das ist mir egal, da ist ein Wissen heute. Du schaffst es eh nicht mehr, also du bist out of order. Ehrlich, ich schaffe es nicht mehr. Du schaffst es nicht mehr. S-Bahn, S-Bahn, S-Bahn. Wo ist die Straße, wo eigentlich doch eins, ja. Aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr bei uns heute, das macht mehr Spaß. Das macht mir Spaß, ja? Ach so. Ja, stell dir vor. Ach, das macht mir Spaß. Ja. Hat einer sehr gute Laune, merkst du bitte? Arsch auf Grundeis. So, jetzt zwischen die Busse und der S-Bahn. Nein, hör nicht auf. Zwischen Busse und S-Bahn, weil dann hast du die gesplittert. Hör doch auf, auf den zu hören. Okay, glaub mir doch. Weil dann hast du die S-Bahn schon mal einmal mehr abgeschoben. Und mit deinen vier U-Bahnen. Kasus, kannst du auch mal? Steven, du hast doch bestimmt schon öfter mal mit Janine und Marcel gespielt. Ja. Spielen die auch so? Immer. Immer, ja, okay. Hätte es sein können, dass nur wir hier so. Ich spiele ja, also wenn ich mit Marcel zum Beispiel spiele, ich spiele ja immer mit Marcel zusammen. Ach so, okay. Das Spielchen hätte ich auch anders nennen können. Fasus-Questik. Eigentlich wird noch, leider muss man sagen, Mensch ärgere dich nicht, wird noch so in Berlin-Variante. So Fasus, Mensch ärgere dich nicht. Da würde Fasus nur noch heulen. Was erzählst du für Müll? Ich habe hier immer gute Müll. Ich weiß. Na ja, gut. Wieso erzählst du so oft Müll? Ja, genau, ja. Zumindest wenn du Berlin-Variante spielst. Also die S-Bahn fällt heute mal aus. Ach, zwischen den U-Bahn. Fällt heute aus. Oh ja, richtig. Grund dafür ist eine Weichenstörung. Also ich muss ja erst mal ein bisschen hier auf. Boah, Fasus hat gut gedacht. Da ich das noch erleben kann. Ich denke die ganze Zeit mit, ja. Ich denke, ich bin bald heute. Ganz schön. Also das Angebot steht, wer sich von mir coachen lassen möchte in Berlin-Trafik. Ja, also ruft an. Hält euch von mir. Ruft an, 666-Nase. Ja, Fasus kann auch mal kommen. Die ersten drei Minuten sind kostenfrei. Yes. Oh, das ist jetzt blöd, ey. Ruft an, ruft an. Ja, Fasus kann auch mal kommen, mal die U-Bahne von Hals setzen. Oh, das tut mir jetzt aber so leid. Was denn, das ist Spielzeug gewesen. Oh, los, mach da. Jetzt links von dir. Das ist scheit. Nein, um Gottes Willen. Über dir. Zwischen die S-Bahn. Mach, genau, mach über dir. Über dir. Über dir ist so sinnvoll. Über dir ist sinnvoll. Zwischen die S-Bahn. Ja, die Iskra über mir. Naja. Du willst da unbedingt hin. So, was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Oh, ich hab dir gesagt, mach mal von der Halschille hin. Aber heute ist der nicht. Hörst du lieber wieder auf Fasus? Das hast du noch. Das wäre genauso passiert, aber frag ruhig, ja. Wenn denn eine Halschille gewesen wäre, hätte man ihn vorausschmeißen können. Ja, wo leibst du, Fasus? Das musst du dir mal helfen. Ich bin doch schon auf dem Weg. Tja, siehst du mir mal helfen? Lässt du mal in unser Team gewesen, Hobbyflimmer. In euren Team, das ist der Sommer. Da muss man auch schon mit seinem Leben abgeschlossen. Oh. Mach mal was. Naja, das war traurig. Einfach nur traurig. Traurig? Ja, das ist traurig, das wissen wir. Ne, bei euch. So. Ich hab das Halschild weggenommen, aber gut. Ich auch, aber. Was? Ich hab gar nicht in die Kugel geguckt. Mit dem Booster einerseits war's so, genau. Was haben wir denn jetzt hier? Eine 3. Los, Halschild weg. Wundervoll. Seht's gut. So weit, was kommt die? Gehen weit links lang, ne? Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. Ja, Hobbyflimmer hätte jetzt natürlich das Halschild. Das wäre das höchste aller Gefühle. Das Ding ist, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass er's gemacht hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mach mal hier schön die Tür auf. Mach vor die Flexitier. Ja, genau, da wollte ich noch hinsetzen. Oh, A. Sehr gut. Oh mein Gott. Okay, H. 1. Nö, Stimme. Also du seid es mir tut, ne? Wieso setzt du dich denn auf der anderen Seite? Wieso setzt du dich denn auf der anderen Seite setzen können? Also ich müsste aber auch gewinnen, Bio. Jetzt musst du angreifen, Bio. Wirklich, ey. A, guck. Jetzt kommt er auf einmal wieder Das habe ich jetzt aber auch nicht verstanden Ich bin ganz lieb, ich hätte ihm jetzt auch in dem kleinsten Kreis nichts getan Ja, Pio, aber Ja, irgendwann Achso, so bist du Ah, okay Bis zum äußersten Tor nehme ich dich mit und dann kriege ich ein Messer von dir ins Kreuze, das ist geil Im Inneren machen immer Also Pio, du weißt jetzt an wen du dich später richten musst Du kannst mit Steven nicht in einem Team spielen Das geht in 100% der Viertelstift Das müsst ihr auch fast das hören Genau, hättest du mal auf Michi gehört die Weisheit, ne? Ah, die Weisheit So Komm Steven, mach hinne Ja, ich mal Hat nicht bis morgen gezahlt Sicher? Oh, ernsthaft Jo, jetzt ist es natürlich blöd drei S-Bahnen draußen Äh Jetzt weißt du, wie es mir geht Ging Ja, die Verstärkung kommt ja schon Weil du musst ja nicht weinen Du hast ja noch einen oben Ne, ich komm nicht weiter Oh, Alter Ist doch dein Ernst Der schiebt doch schon wieder Der hat doch jetzt schon wieder reinged Eine Eins So was von Mann, oh, Mann, oh, Mann Ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt ist auch scheißegal Wo ich mich Oder? Naja, also du Ihr könnt immer noch gewinnen, ne? Ähm, Mio Machen wir es jetzt so, dass wir uns Äh, Blödsinn nicht rauswerfen Jetzt wieder mit dir zusammen Nee, weißt du, warum? Jetzt müssen wir einfach mal Strategisch denken Bicho, jetzt lass ich mich auch noch freuen Mit dem Lara, ey Du weißt nicht, wie viel was Sieben sei leise Lach nicht so laut Ich kann natürlich nicht konzentrieren Weißt du, wenn wir jetzt Strategisch arbeiten Haben wir doch eine Chance Wenn jetzt aber beide Gegeneinander arbeiten Und rauswerfen Dann kann Steven da ganz in Ruhe In das gelbe Feld Ja, ja, Fasus Ich sage ganz vorsichtig Ich garantiere für nix Bezwinge es aber auch nicht Wenn du verstehst, was ich meine Ja, ich verstehe, was du meine Naja, ja, stimmt Du bist ein Sack Alter, Steven, Steven, Steven Das hätte ich nicht von dir gedacht Siehste Ich hab gedacht, weißt du Ich hab gedacht Das wird ein harmonisches Ende Einfach so, weißt du Wir stellen jetzt sofort ein Tor Und dann würfelt jeder So nach der Zahl Und wenn er zuerst drin ist Das ist zuerst drinne Nein, eher eiskalt Alter, BÄM Das hätte ich am Anfang an dir sagen Das ist halt auf dem falschen Herz gesetzt So, jetzt kann ich halt nicht machen Da oben steht der Straßenbahn Och Na eins, da ich mir in vorn komm Oh, na eins, komm man In Phas macht's bestimmt jetzt auch gleich Wenn er eine 4 hat Dann bin ich raus Und dann Ich schmeiß den nicht raus Von dem Mittelkreis bin ich dann ganz rausgeflogen Das war ja auch ein schönes Spiel Ich schmeiß den nicht raus Kann ich dir sagen Ja Alter Du musst nur einmal würfeln, Bia Diese Folge nenne ich von hinten erdolcht Somit haben wir die erste Folge Phasus der Manipulator Und dann haben wir Steven Der Messersticher Du kannst nicht sagen Bia, du musst würfeln einmal Achso, ich muss einmal würfeln Okay So Leute, das war's Das war eine weitere Runde Berlin Traffic Ihr seht Hier kommen die schlimmsten Menschen raus Die ever existieren Spielt Berlin Traffic Damit ihr das wahre Holt am besten eure besten Freunde Eure Freundinnen Spielt zusammen dieses Spiel Und ihr werdet diesen Charakter danach Viel, viel besser kennenlernen Definitiv Das war der Sinn dahinter Hobby Flimmer Das war der Sinn dahinter Hinter der Botschaft So Leute Ich würde sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Ciao, tschüss Und bis zum nächsten Tschüss 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 Så Tschüss Tschüss